Fett. Fesch. Nice. Guten Tag meine Freunde der Leichen und Zeichen und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farm. Mit Gomme. Hi, hi, ich bin der Player Boy in dieser Runde. Ich bin der Player Boy. Oh, eine Farm, das klingt irgendwie machbar. Eine Farm klingt machbar, sagst du. Untergrund ist halt schwierig. Oh, hast du die gleiche Liga? Geil, hat auf jeden Fall gut funktioniert. Dankeschön dafür. Bei mir geht das gar nicht irgendwie. Bei mir ist irgendwie auch gerade der Übel zu Bug drin, lol. Bei mir ist nur so eine Reihe, die sich verändert. Bei mir gar nichts. What the fuck? Tja, dann mach ich das halt ohne Untergrund. So, ich baue jetzt hier. Ich bin der Farmer, ich bin geboren auf dem Land meine Kühe. Oh Gott, du und deine Liga, das ist genauso wie dein komisches Traktorlied oder so. Ja, das kommt doch daher, oder? Ne, das mit dem Bohrer, das Bohrer-Lied. Von hier? Ja, ja, so ein Lied gesungen, wo immer irgendwie so Hamburger über Bohrer singen oder so. Ne, ich singe Lieder, ne, niemals. Doch, 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 du hattest so eine ganz kranke Scheiße. Nein, niemals. So, schauen wir mal hier. Oh Gott, ey, so eine Farm finde ich schon schwierig, ne? Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Hm, da kann man da so viel machen, aber man darf sich ja nicht überschätzen. Denn da gibt es echt viel. Ich gehe einfach auf Dekorationsartikel und da kann man Bäume pflanzen und alles. Ja, das mit dem Boden stört mich so ein bisschen, muss ich zugeben, weil das bringt so für mich noch den Flair rein, weißt du? Also nicht den Rapper, weil anscheinend ist das neue Album ganz gut von Flair, kenn mich aber nicht aus. Aber, ja, ansonsten fehlt mir hier ein bisschen der Flair, Leute. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also an deiner Stelle würde ich jetzt noch so drei Minuten warten, vielleicht geht das dann. Okay, warum genau drei Minuten? Ach, du kannst noch vier Minuten machen. Alles klar, gut. Also ich merke, du hast da etwas anderes im Kopf als ich. Nein, Quatsch. Ich glaube, ich werde hier verarscht kommen. Also ich habe natürlich hier nur meinen Sieg im Kopf gerade. Das Beef, das Tweef. 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 Tweef, nee. Weef. Weef. Erstmal ein bisschen Weef. Heißt dann nicht mehr mehr Beef, sondern heißt Weef. Erstmal ein bisschen Weef. Ähm, was machen wir denn? Gibt's Blumen auf einer Farm? Nee, oder nein? Blumen? Nee. Ja? Nee. Nee. Was kann man denn mit denen machen? Mit den Blumen? Look at me. Laub pushing. Make baby. Wie cool ist das denn? Oh, wie straight. Alles cool. Darf ich noch nicht verraten. Darf ich noch nicht verraten. Ähm. Äh, fuck, fuck, fuck. Wie heißt denn Heu? Ja, ich schau gerade, was du... Hey. Aha. Ja. Mhm. Ja, okay. Wo ist denn Heu? Hey, dankeschön. Hey. Ach, mit A schreibt man das. Hey, mit... Oh ja. Ja. Achso, nein, nein, nein. Mach ich natürlich nicht. Nein. Dumme Idee, Gommet. Dumme Idee. Stroh, Stroh. Stroh Heu. Okay. So. 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 Mal kurz den hier. Boah, das ist echt ne gute Idee. Ach, verdammt mal. Die ganze Zeit. Weißt du, ich mach dir jede Ideen, mach ich dir. Mhm. Ja, das stimmt. Ich bin im Prinzip du. Ah. Lass mal lieber mal. Ah, nee. Warte mal. Jetzt noch ein Zaun. Oh, jetzt komm ich auf Ideen. Danke. Also der Stroh war wirklich hier mein Zünder gerade. Zaun noch. Was machst du denn jetzt? Ja, ich mach hier mal eine Farm, ne? Ja, ich merk das schon. Weißt du nicht, was du machst? Ich mach hier eine Farm. Ich mach einen Fisch. Klein, aber fein, aber... Kleinen Fisch. Also noch mal einen kleinen Fisch mach ich jetzt hier hin. Einfach einen Landfisch. Ist das die Dora? Jetzt echt? Nein. Oh Mann. So warte, ne Kuh brauch ich noch. So hier. Kuh. Ach man, der Boden. Das stört mich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Make baby? Oh, jetzt hast du es. Jetzt hast du es. Ah, okay. Alles klar. Gut. Ja, 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 ja. Look at me. Aha. So. Gucken wir mal so. Äh. Zack. Was? Eine Minute haben wir nur noch. Also ich hatte die... Bitte was? Ich hatte gar nicht mehr im Blick. Das ging jetzt eigentlich schnell. Bitte? Bitte. Hätte dich da vielleicht mal einer daran erinnert, aber das wurde doch eine ziemlich ernste Competition hier auf einmal. Jaja. Bitte, Brigitte. Warten mal. Was? Zack. Oh man, was hab ich denn schon wieder hier... Mhm. Bin wir überhaupt nicht zufrieden. Ich hab... Ja. Ich hab auch gerade ein Problem. Das ist gut. Das ist gemein, Freunde. Das ist gemein. Das wird Freundekumme. Oh man. Und dann so verraten worden. Oh nein. So. Zack. Stufen brauch ich noch. Das hier. Okay. Stufen. Oder was geht denn bei dir ab im Leib? So. Und jetzt brauch ich Treppen. Okay. Alles klar. Mh. Kacke. Gar nicht mal so total. Boah, das sieht ja hier geil aus. Das süß. Das süß. Ist okay. Was ist denn da drin so? Gar nichts. Sagen wir mal spärlich ausgestattet, ne? Ja. Aber... Ist okay. Ist okay. Player Boy. Hä? Das kommt nicht von mir. Hä? Ja, ich weiß. Du bist ja auch nicht Player Boy. Aber... Nee. Du heißt Gomme. Hä? Ja. Da bist du. Ja, ja. Bei mir die ganze Zeit... Oh, das sieht aber... Das bist du, ne? Wo ist die Baby-Crew? Nee, keine Baby-Crew. Nix. Ich komme. Aber das Stroh ist auch nicht da. Das kommt nicht von dir. Nee, nee. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Mit dem Häuser da drüben. Ja, ja. Jetzt kommt die Baby-Crew. Ich hab... Vielleicht hab ich auch gar keine Babys gemacht. Also meine Güte. Aber das ist gut. Das mag ich. Also weil die Scheune so groß ist. Das ist ganz witzig. Nee, das bist nicht du. Ich weiß. Ja, ja. Aber es ist trotzdem cool. Oh, Hilfe. Ist klar? Okay. Das ist schon klasse. Also so... Weißt du, hier fehlen noch ein paar Treppenstufen. Also... Treppen also. Für ein Treppenhaus meinst du? Oder... Ja, ist nicht ganz fertig, ne? Also schon geil, oder? Okay. Es ist ein Okay-Gobbel. Was? Too fresh hat's gebaut. Too fresh for you. Das ist einfach too fresh. Wohl, das könntest du sein. Das bist du. Ui. Das bist du. Nein. Ach Quatsch. Nein. Das ist ein Amazing-Gobbel. Es geht mir gut. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Ich bin gut durchdacht mit dem Feld. So, das ist ganz süß. Ah, okay. Okay, okay. Aber hat er trotzdem bekommen. Hochgepokert. Ja. Und jetzt... Das bist nicht du, oder? Halt, halt. Hör auf! Der Trecker ist zumindest... Doch, das bist du! Das bist du! Hier, Babypferdestroh. Wie durch bist du denn? Wie durch bist du denn? Na? Das finde ich's nicht. Hahaha. Das war alles perfekt. Weißt du, Stroh, Babys? Unsere Trecker. Wie durch kannst du denn nur du sein? Auf jeden Fall nur ein riesig Trecker. Ja, okay. Das ist halt... Das ist halt immer ein bisschen... Und da ist das Stroh. Da waren schon tausend Babys. Warum soll ich das denn jetzt sein? Ja! Oh Mann. Ja, ich hatte halt kein Haus mehr. Das hat mich so ein bisschen... Das ist auch süß. Ja, das finde ich auch geil. Hm. Hm. Was gebe ich dir denn da? Bei den kleinen Babykünen. Hä? Was gebe ich dir denn da? Ach, du kriegst auch ein Amazing. Das ist süß mit dem... Mit der kleinen Insel hier. Das ist süß. Das ist ganz süß. Das ist echt cool. Wie du auch noch so den Boden über... Das ist scheiße. Meh. Also nicht ganz doof, weil... Der wollte wenigstens noch was erreichen. Also meine Augen bluten, entschuldig. Ich muss mal eben... Echt? So viel... Oh, richtiger Redi. Voll gemein. Gute Besserung an der Stelle. So. Danke. Danke? Gar nichts. Warum denn... An der Revi meinst du nicht? Warum denn Gute Besserung? Haha. Yes. Was? Knappes Ding, aber ey. GG auf jeden Fall. Meine Güte. Ach. Chill, chill. Nicht schlecht erspricht. Aber gute Besserung auf jeden Fall an dich. Danke. Ja, meine Augen bluten doch. Weißt du doch. Haha. Alles klar. Gut. Während Gomme sich dann auskuriert zu Hause, würde ich mal sagen, weil seine Augen ganz feucht verbluten. Würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder beim zweiten Video des Tages. Das könnte, wenn alles gut wird, etwas etwas Besondereres werden. Also freut euch drauf und schaltet um 16 Uhr auf jeden Fall ein. Falls es dann nicht kommt, dann werde ich das wahrscheinlich da erwähnen, wenn ich es nicht vergesse. Hand aufs Herz. Ich vergesse es wahrscheinlich schon. Guckt einfach um 16 Uhr nochmal vorbei. Schaut auch beim lieben Gomme vorbei, wenn ihr schon überall vorbeischaut und dann lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.